Wir haben uns 5.000 Euro zur Hand genommen und uns die Frage gestellt, was für ein Kino können wir denn damit realisieren? Und wir wollten unbedingt 4K, HDR und Dolby Atmos mit integriert haben. Und wie wir das geschafft haben, welche Komponenten wir dafür ausgewählt haben, das sehen wir uns heute in diesem Video an. Hallo und willkommen beim Heimkino-Raum-Club. Wir wollten uns unbedingt diese Aufgabe stellen, der Aufgabe mit 5.000 Euro ein Heimkino zu bauen. Aber ein richtig gutes, sprich wir wollten unbedingt 4K, HDR und eben Dolby Atmos mit an Bord haben. Dann wird das schon etwas schwieriger, aber nicht unmöglich. Zudem war es uns auch sehr wichtig, dass wir alle Kabel, damit dieses ganze Kino überhaupt miteinander funktionieren kann, damit das alles eben Hand und Fuß hat, mit dabei haben. Und somit haben wir eine komplette Aufschlüsselung für euch aller Produkte, um ein 4K HDR-fähiges Dolby Atmos Heimkino sich zu Hause verwirklichen zu können. Und starten wir doch einfach, indem wir mal auf die Webseite gucken und uns diese Produkte zusammensuchen. So, wir sind jetzt auf der heimkino-Raum.de Website und beginnen uns, diese ganzen Produkte eben rauszusuchen. Ich habe das natürlich hier im Vorhinein schon gemacht, also welche Konstellationen sind möglich, was gefällt mir hier am besten, subjektiv aus meiner Sicht logischerweise. Nichtsdestotrotz versuche ich dann am Ende einzelne Komponenten vielleicht noch für euch zu ersetzen, je nach Szenario oder eben auch nach eigenen Vorlieben. Also, das bedeutet nicht, dass wir jetzt hier ein Heimkino bauen, das nur in einem separaten Kellerraum geht. Ganz im Gegenteil, das ist jetzt mal darauf ausgelegt, dass man sich das so hier ganz schlicht und einfach im Wohnzimmer eben realisiert. Trotzdem, wenn der eine oder andere sagt, ich habe ja schon einen AV-Receiver, dann ist ja auch wieder ein bisschen Luft vom Budget nach oben, um eben zum Beispiel zu sagen, dafür habe ich mehr Lust auf ein richtig großes Lautsprechersystem. Der andere sagt, nee, Sound ist mir gar nicht so wichtig. Ich möchte eher einen lichtstärkeren Beamer haben. Und wir stellen mal jetzt das klassische System zusammen und gucken dann weiter, wo wir noch ansetzen können, um gewisse Vorlieben zum Beispiel noch zu berücksichtigen. Beginnen tun wir hier mit einem BenQ W2700, 4K HDR Projektor, DLP-Gerät, 2000 Lumen, kann den Kinofarbraum auch abdecken, was wirklich sehr, sehr stark ist. Wir haben hier auch ein Vollglasobjektiv, also wahnsinnige Schärfe, ein kleines Gerät, sehr leise, lässt sich super im Wohnzimmer unterbringen. Und deswegen beginnen wir mal mit dem hier. Den schmeiße ich mal in den Warenkorb. Dieser Projektor muss vermutlich an die Decke montiert werden und deshalb holen wir uns mal hier einen passenden Deckenhalter dazu. Der Armstrong, 10 cm, in weiß würde ich mal sagen, für das Wohnzimmer, würde ausreichen. Somit haben wir schon mal einen Projektor an die Decke montiert. Wer die letzten Videos gesehen hat, der weiß mit Sicherheit Bescheid, dass wir im Wohnzimmer sehr gerne Hochkontrast- und Tageslichtleinwände einsetzen, da wir hier eben weniger Probleme mit Restlicht, Sonnenlicht etc. haben. Und so greifen wir auf die Rahmenleinwand Daywalker Elite Screens zurück, die genau für dieses Szenario perfekt geeignet ist. Und ich nehme jetzt bewusst die Rahmenleinwand, um auch einfach im Budget zu bleiben. Wir können aber auch sagen, einen Moment, wir nehmen die Daywalker Motorleinwand und sagen dann 2,16 m zum Beispiel, dann sind wir hier mit 200 Euro teurer, dann schaffe ich es jetzt nicht im Budget zu bleiben. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Aber wir nehmen jetzt mal hier die Rahmenleinwand rein, 2,21 m, machen wir mal 2,43 m Bildbreite, das sind 110 Zoll Beamerleinwand erledigt. So, dann kommen wir zum Thema Audio. Wir brauchen einen oder wir möchten ein Dolby Atmos Kino realisieren. Dann brauchen wir erstmal einen Dolby Atmos fähigen AV Receiver. Und da nehmen wir jetzt den X1700 von Denon. Das ist der kleinste, der eben schon diesen Standard erfüllt mit HDMI 2.1. Ihr könnt eure Playstation 5 anschließen, wenn ihr eine bekommen habt. Und wir haben auch 7.2 Kanäle, 2 Subwoofer, 7 Lautsprecher. Somit wäre ein 5.2.2 System möglich und wir bauen ein 5.1.2 System auf. 5 Lautsprecher auf der unteren Ebene, ein Subwoofer und 2 an der Decke. Jetzt haben wir auch den AV Receiver. Jetzt brauchen wir auch noch ein Lautsprechersystem. Und was gäbe es da Besseres als das Monitor Audio Mass? Das ist klein, fein, lässt sich super toll im Wohnzimmer integrieren. Ich habe einen hier, das schaut eben so aus. Davon gibt es dann 5 Stück, beziehungsweise nehmen wir noch 2 für die Decke. Damit, denke ich, kann sich jeder identifizieren, der sagt, ich will es so schlicht und unauffällig wie möglich, aber trotzdem jetzt keine Wahnsinnsklang-Einbußen haben. Eher im Gegenteil, ich will einen richtig guten Klang. Dann nehmen wir uns dieses System mit in die Konfiguration rein. Das ist aber nur ein 5.1 System. Wir brauchen ja noch 2 für die Decke. Also nehmen wir nochmal 2 separate hier. Natürlich in weiß. 2 Stück. Dann haben wir die 2 für die Decke. Und dazu brauchen wir noch eine Halterung. Diese Halterung nennt sich MASM. Fragt mich nicht, warum. Die suchen wir uns hier raus. Auch in weiß. 2 Stück. Und schon haben wir ein 5.1.2 System inklusive Halterungen für die Decke. So. Das haben wir bei 4.511 Euro. Wir haben Projektor, wir haben Halterung. Wir haben die Leinwand. Wir haben den AV-Receiver, wo wir alles anschließen können. Wir haben die Lautsprecher. So weit, so gut. Jetzt müssen wir das Ganze noch verkabeln. Gehen wir mal vom Worst-Case aus und sagen, wir haben echt eine lange Strecke zwischen AV-Receiver und Projektor. Und bei langen Strecken und bei 4K HDR-Datenraten in Höhe von 18 Gigabit beispielsweise, da brauchen wir auch echt ein gutes Kabel, damit das möglich ist. Wir wollen ja keine Bildaussetzer. Also nehmen wir ein Audio-Quest Pearl und hier an der Stelle das Pearl 18 und wählen uns das mal mit 10 Metern raus in den Warenkorb. So. Dann ist der AV-Receiver mit dem Beamer verkabelt. Jetzt brauchen wir aber noch die Lautsprecher-Verkabelung. Und auch den Subwoofer müssen wir noch anschließen. Jetzt nehmen wir Lautsprecher-Kabel, Soundstripe. Dann nehmen wir ein klassisches, unauffälliges 1,5 Quadrat-Kabel, 20 Meter. Und da die Decken-Lautsprecher ja mit ran müssen, sagen wir mal lieber sicherheitshalber 40 Meter. Tun wir mit rein. Dann haben wir auch genug Lautsprecher-Kabel, um das zu verkabeln. Und natürlich müssen wir noch den Subwoofer mit ran schließen. Da nehme ich jetzt einfach mal das Irish Red hier. Zwei Meter reicht normalerweise aus, weil er ja vorne mit angeschlossen ist. Und dann sind zwei Meter vollkommen in Ordnung. So. 4.969. Wie gesagt, ich habe mir Gedanken gemacht. Und mit dieser kompletten Aufschlüsselung schaffen wir es jetzt, ein komplettes 4K-HDR-3D-fähiges Kino zu bauen. Inklusive nach Hochkontrast-Leinwand optimiert für euren Wohnraum. Und also hier sind weiße Wände und eine weiße Decke dann ein kleines Problem, denn die Leinwand eliminiert dieses Restlicht. Zudem haben wir einen Smart-fähigen AV-Receiver, mit dem ihr über Airplay 2 Musik streamen könnt. Ihr könnt über das Heos-Programm von den und euch auch im Nachhinein noch ein Multiroom-System aufbauen. Wir haben echt ewig viele Möglichkeiten. Wir haben hier das Mast-System, wo wir ein 5.1.2 Dolby Atmos Kino uns aufbauen können. Und wir haben auch alle notwendigen Kabel. Also wir könnten hier einfach jetzt zur Kasse gehen und uns dieses System nach Hause bestellen und einfach so bauen und fertig. Und richtig, richtig viel Spaß haben. Jetzt da kommen wir mal zu möglichen Alternativen. So, jetzt haben wir ja ein richtig geiles Heimkino uns zusammengestellt. Aber gehen wir mal davon aus, dass jemand sagt, ich schaue viel tagsüber Fußball mit Freunden zusammen. Und ich möchte da wirklich auch ein richtig plastisches Bild noch beibehalten. Dann würden wir einen helleren Projektor benötigen. Den schauen wir uns gleich an. Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, hey, Musik ist mir richtig wichtig. Ich feiere gern Partys oder höre gern sehr laut Musik, will in den vollen Genuss kommen, Emotionen haben beim Lautsprecher. Dann wäre ja ein Standlautsprecher eigentlich doch vielleicht etwas angebrachter. Und diese zwei Optionen, die gucken wir uns jetzt mal noch an. Jetzt da haben wir aktuell eine Aktion auf der Website, die uns den helleren Projektor in Kombination mit einer Hochkontrastleinwand gibt. Sprich, wir löschen mal den Projektor und die Leimand raus. Und an der Stelle würde ich sagen, der BenQ TK850i wäre das perfekte Gerät dafür. Wir haben einen Aufpreis von 250 Euro, bekommen 30% mehr Helligkeit und auch Smart Features direkt mit dazu. Also wirklich grundsätzlich sehr lohnenswert investiertes Geld in diesen nächstbesseren Projektor. Und den gibt es eben gerade aber in einem Bundle mit der davor eben gesehenen Leinwand. Und das nehmen wir uns hier einfach mal in den Warenkorb. Da haben wir uns auch schon wieder ein bisschen Geld gespart. Und wir sind jetzt hier bei 4.956 Euro und haben den nächstbesseren Projektor mit derselben Leinwand. Die Leinwand in dem Bundle ist ein bisschen kleiner. Wenn ihr es größer braucht, ruft einfach an oder fragt euren Heimkienraum vor Ort, ob er das für euch ermöglichen kann. Ich bin mir sicher, gar kein Thema. Und schon haben wir jetzt immer noch im Budget den nächstbesseren Projektor mit drin. So, andere Richtung und zwar wir wollen einen besseren Ton haben. Wir wollen hier wirklich Vollgas geben und somit lösche ich das Lautsprechersystem mal komplett raus. Und ich lösche auch den AV-Receiver raus. Denn wir brauchen in der nächsten Konstellation keinen 7.2-Kanal-AV-Receiver mehr. Denn wir investieren ein bisschen mehr Geld und dann ist im ersten Schritt mal kein Dolby Atmos möglich. Dafür nehmen wir uns Monitor, Audio, Bronze, Cinema-System und gehen in die Vollen, aufs Ganze und sagen jetzt aber richtig und nehmen das mal hier mit rein. Haben wir ein 5.1-System, ist auch deutlich teurer und nehmen hierzu eben einen bisschen kleineren AV-Receiver rein, um wieder irgendwo ein bisschen Kosten einzusparen. Nicht viel, aber es funktioniert damit. Yamaha-Pass klang nicht wunderbar eben auch zum Monitor-Audio, genauso wie der Denon. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier 900 Euro über dem Budget, haben natürlich ein ganz anderes Audiosystem uns hier gegönnt. Man könnte auch wieder das Projektor-System hier rauslöschen und sagen, gut, ich nehme dafür eine normale weiße Leinwand, einen kleineren Projektor, um wieder in diesem Budget zu landen. Aber wir sagen jetzt mal, das wäre jetzt noch mit ein bisschen Aufpreis einfach noch ein wenig geiler. Und an der Stelle sei gesagt, wir verlinken euch alle diese Produkte unten in die Beschreibung. Könnt ihr euch angucken. Genauso wie haben wir zu den Lautsprechern, zu dem Mast-System, zu dem Monitor-Audio-Brosse-System, zum AV-Receiver, zum Projektor, überall noch separate, sehr detaillierte YouTube-Videos, falls ihr euch weiter informieren möchtet. Oder noch besser, ihr schaut einfach mal bei uns vorbei. Und dazu könnt ihr hier auf unserer Website auf Standorte klicken und ihr seht, da gibt es ganz schön viele. Und dann geht ihr einfach zum Standort und sagt, Freiburg, ruft an, macht einen Termin aus und erlebt das Ganze live und bekommt auch noch einfach eine richtig persönliche Beratung perfekt auf euch zugeschnitten. Was will man mehr? An der Stelle hoffe ich aber, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.